und das bisher bisher weg zwei stellen als ob eine nicht reich so hier die stelle aber warten bis daran ist und dann hauen okay die stelle ist nicht mehr schwer hier müsste jetzt schon wieder kommen oder noch nicht erst mal die beiden pinguine so einfach nein warum ich kann ja nicht herrlich herrlich warum ist diese leite überhaupt da diese werden noch verarschen kann man gar nicht richtig hochkommt den rum haben wir auch noch das meine ich gestern geht überall dahin wo man nicht will dass er dahin geht man kann auch muss doch die leite warum kannst du keine leite hochgehen geht doch so einfach ist es das mache ich jetzt weil ich keinen bock auf diese blöde level habe ich jetzt alle weg die blöde gegner wollte eigentlich ich hätte mir sogar vorstellen können dass der stern die treppen da hoch gehen würde ist mir egal weg und mit idiot meine ich gerade mich so pingüine wieder in der mittelstände kommen beide gleichzeitig wird auch nicht aber ich habe meins was hast du vor also noch mal so weiter geht es perfekt der ort zum pausen machen jetzt das ist ein blöder was weg hier ich darf mich nicht erwischen ohne fucking ich würde gerade sagen ohne treffer aber das hat sich ja auch gelegt so wie lange geht das level noch ich will jetzt bloß nicht verlieren das ist aber schwer genug ich brauche es nicht zweimal machen hat beim ersten mal so viel spaß gemacht ich will gegner packen die auf einen fleck aber das ist das ist es geht doch 3 level 3 von welt doch ja ich werde krieger liegt alle mal weg super so dass ich bestimmt jetzt noch mal runter genau okay ach doch noch hier ich dachte was war das egal drei türen es gibt wahrscheinlich noch mehr türen da oben oder da gibt es noch maxi tomate die will ich erst mal habe ich werde hier sind das eine feste soll neben das natürlich keine feste soll einfach durch hier obwohl ich meine energie brauchen hätte so meine ich das ganz nach oben und level geschafft so habe ich überhaupt nicht selbst hier der markt vom level gemacht ich weiß gar nicht ich habe es wahrscheinlich vergessen hier war der wort da wo ist das ein großes butter building wow okay aber rein mit der night ficker wieder jetzt gibt es ein neuer gegner so denkt kann ich doch dann durch treffen oder auch nicht weg mit dir ach der schießt sperre aber weg das ist der letzte beim ersten mal das war gut das war blöd und rein da wo auch das ist hier richtig zu verlaufen hier gewinnt oder so wie langsam was war das für ein level das hat irgendwie zwei räume okay ich sag mal nix das war wie sehr kurz damit habe ich schon was gesagt und damit widerspreche ich mir selber egal hauptsache und lollipop ja und das schnell nach oben brauche ich nicht ich will schnell weiter mit lolli okay nicht kaputt gehen und springen haben seit dem boss so groß in diesem spiel oder wirkt ihnen so groß oder haut öfter aber ich habe auch öfters und damit fühle ich ihn habe ich nicht aber der wird schon wieder geschafft irgendwie sind das alles kurze level bis auf so ein ganz paar die richtig schwer sind wie das level 2 von ihnen dass ich tausend mal gemacht habe so noch ein level oder boss noch ein level hey service data eine warum wird man so ja ich hab dich noch soll wie soll ich da jetzt schnell auch weggefahren und kirby so weg ich hab alles in da sind ein paar leitern und da sind maxi tomate in manchen welchen gibt keine energie und manchen so viel richtig übertrieben guck da schon wieder was ich da gab es gerade eben nach maxi tomate und ich muss wieder alle gegner töten habe ich recht oder warten mein wegen eine zeit lang abwarten und schießt du mal und weg hier nicht zu nah ich hab nichts gesagt und ein power rage trinken nein keine schleichwerbung das war natürlich fanta oder das war heinz tomatenketchup gib mir meinen stern so volle energie weiter geht's genau der warteraum sehr spannend na ja gleich hinterher springen du bist fies aber diesmal habe ich es gut gemacht das war eindeutig perfekt dass er mich dann noch erwischt warten bis die wolken im hintergrund weggehen und sie sind weg und die tür geht auf und ich kriege ein treffer und ich kriege noch ein treffer die tür mag ich nicht ich bin weitergekommen